Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen, sag ich mal, Tao-Box. Und zwar ist das die Winter-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tao-Box erscheint alle... Upsala, da war der Tisch zu Ende. Erscheint alle zwei Monate, kostet 29 Euro pro Box. Trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein, was ich dir unten mal in der Infobox verlinke. Ich teile das zwar auch immer auf Instagram, wenn ich merke, dass die Box schon online ist, aber die ist immer so ratzefatz ausverkauft, dass das gar nicht so schnell möglich ist, euch das mitzuteilen. Also innerhalb der 24 Stunden, wo die Story online ist, ist die dann schon ausverkauft. Deswegen abonniert den Newsletter, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Das hier ist jetzt die Edition von November und Dezember. Und ja, wie gesagt, kostet 29 Euro, enthält duftende Produkte. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Bekomme ich von Tao Asis kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier nun mal zu zeigen, um euch das vorzustellen. Und ja, um euch den Inhalt einfach mal zu zeigen. So schaut die Box diesen Monat aus. Ich finde die ganz schön, hier mit den Zimtstangen und hier mit den Tannen und Orangen und Tannenzapfen, Vanille, Gedönsen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was die sich jetzt extra für den Winter überlegt haben. So ein bisschen Gemütlichkeit kann uns allen, glaube ich, nicht schaden. Also, die Box lässt sich immer so öffnen. Und genau, hier haben wir dann tatsächlich den Blick in die geöffnete Box. Ich rieche mal kurz dran. Rieche so nichts raus. Also, wir haben hier Produkte für die Aromatherapie drin und manchmal auch so, also ne, eigentlich immer auch so Tools und manchmal auch Pflege tatsächlich. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich mache mal hier das Geigenpapier auf. Das wird mit einem Klebe zusammengehalten. Und jetzt kommt aber, jetzt duftet es irgendwie. So schaut dann der erste Blick in die Box aus. Wir haben hier ein Heftchen, wo drinsteht, was drin ist. Und ich lese mir gerne immer durch, was Tauase sich dabei gedacht hat, als sie die Box gepackt haben. Weil die einen immer sehr, sehr entspannt mit so in diesen Flow reinbringen. Happy Christmas wünscht die Tau-Box. Schnupper mal. Riechst du den Winter schon draußen in der kalten Luft? Sehnsüchtig erwarten wir die Weihnachtstage und das schöne Fest mit unseren Liebsten, um die besinnliche Zeit voller Freude und Entspannung zu genießen. Genau zur richtigen Zeit kommt da die Tau-Box Happy Christmas, die dieses Gefühl der Ruhe und Glückseligkeit noch verstärkt. Denn hier findest du allerhand Produkte aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromatherapie und Aromaküche, die dir dabei helfen, dich in der kalten Weihnachtszeit rundum wohl zu fühlen und entspannt und gesund durch den Tag zu kommen. Entdecke jetzt unsere hochwertige Box und spannende DIY-Ideen und lass dir von der Tau-Box die Weihnachtszeit versüßen. Viel Freude beim Auspacken und Happy Christmas, dein Tau-Box-Team. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir dann die Produkte aufgeführt mit Anwendungshinweisen und manchmal auch so kleinen Rezepten. Genau, wie man sich so eine heiße Schokolade mit, oh, wir haben hier Kakao, wir haben hier scheinbar Kakao-Aroma auch drin. Kuschel, Traum, Badekugeln, wie man sich selber Badekugeln macht. Find ich total cool. Und ja, wir haben hier auch Pflege mit drin. Hier gibt's auch ein Gewinnspiel. Und zwar kann man ein Set im Wert von 14,90 Euro gewinnen, wenn man halt den Inhalt von der Tau-Box postet. Und da kann man dran teilnehmen. Und hier habe ich noch einen 15% Rabatt-Code. Könnt ihr mal gucken, ob der noch einlösbar ist oder ob der nur einmal einlösbar ist. Das weiß ich nämlich nicht. Sonst würde ich einfach sagen, der Erste kann ihn sich schnappen. Genau. Ja, finde ich cool. Ja, los geht's. Das Krüppelpapier ist so aus wiederverwendbarem Krüppelpapier, glaube ich, oder recyceltem Krüppelpapier. Wir starten hier mal mit der Pflege. Angelika Engelwurz-Balsam von MediTau. Hilfreiche Pflege bei vielen Gelegenheiten. Das ist dieses hier. Engelwurz, ist das nicht so für Gelenke oder so? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt mal vermutet. Pflegebalsam für empfindliche Schnupfnasen. Habe ich. Mit regenerierendem Bio-Johanniskrautöl, Bio-Shea-Butter und bewährtem Angelika- und Lavendelöl. Alle Zutaten sind besonders sanft, 100% naturrein und aus zertifiziertem Bio-Anbau und pflegen die empfindliche Haut in der erkältungsgefährdeten Jahreszeit. Auf die Nasenflügel auftragen und sanft einmassieren. Für Kinder und Erwachsene auch unter der Nase auftragen und einwirken lassen. Ja, also quasi Nasenflügel und unter der Nase. Ich bin jetzt geschminkt, das heißt, das kann ich dann nicht auftragen, aber ich werde es auf jeden Fall verwenden. Weil ich habe jetzt so keine Erkältung in dem Sinne, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr so von draußen kalt reinkommt und dann ins Warme oder umgekehrt, kriege ich immer eine Schnupfnase. Und ich glaube, da kann sowas sehr gut helfen. Also das ist schon mal ein Oschi, ne? 30ml, das ist gar nicht mal so wenig. Und so schaut es aus. Das ist so ein Glaspöttchen. Und ja, das riecht wirklich angenehm. Schöner, schöner, fester Erkältungsbalsam wird es da wahrscheinlich sein. Genau, da hatte ich auch schon mal so eine Fußbalsam. Ne, eigentlich war das kein Fußbalsam. Das war so ein Universalbalsam, den ich mal irgendwann hatte. Genau, das ist halt, mit dem Finger wird es dann langsam flüssig. Und das schmilzt richtig und es ist echt angenehm. Also das ist cool, das wird verwendet. Das ist jetzt so groß. Das finde ich krass, ehrlich gesagt. Weil wenn du es nur für die Nase verwendest. Aber gut, dann hast du ein bisschen länger was davon. Oder halt eben für die ganze Familie. Ich weiß nicht, wie lange sowas dann offen sein darf. Zwölf Monate, also ein Jahr lang. Ne, das finde ich auch ganz nice. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Lifestyle-Produkt, was wir hier in der Box immer so mit drin haben. Das ist jetzt das Happy Christmas Duft Set. Und das finde ich sehr hübsch. Die haben ja auch dieses kleine Merry Christmas oder Happy Christmas Set. Und das hier ist jetzt das große. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen auf der Homepage mich umgeschaut und das auch gesehen und fand das auch richtig schön. Es ist mit 10ml Naturduft mit Holzkannenbaum. Da bin ich... Oh ja, das ist so hübsch. Also, ne, das ist hier so drin. Und dann haben wir hier einen Duft und zwar den Duft Happy Christmas. Genau. Jo. Einfach ein weihnachtlicher Duft. Und dann kann man sich den Duft-Tannenbaum einfach oben reinstecken, soweit ich das gesehen habe. Na, raus. Hier ist nämlich auch so ein Holzstiel. Und hier haben wir den Tannenbaum. Na, dann machst du hier den Holzstiel rein. Und dann kannst du das einfach so auf dieses Duft viel stecken und hast dann quasi einen Raumduft. Ich glaube, das kann ich hier auch einfach mir hinstellen. Riecht auch so sehr, sehr angenehm. Nach Orange und Mandarine vor allem. Und das kann man einfach hier oben dann so reinstecken eigentlich. Genau. Und dann zieht er sich das einfach durchs Holz durch und, ähm, ja, versprüht dann quasi den Duft. Ich finde es halt auch optisch echt schön. Deswegen. Tannenbaumchen dufte vor dich hin. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe. Ich glaube schon, ne? Ja. Hier sieht das auch so aus. Mach das einfach drauf da. Okay. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den, äh, Duftgeschichten. Und zwar haben wir hier zuallererst ein Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Und zwar ist das das Jojoba-Öl mit 50ml. Und das kannst du halt, wie gesagt, für, ähm, ja, Aromamassage nehmen oder als Körperöl an sich, wie man das halt möchte. Und du kannst dir das einfach, genau, so steht es hier halt auch drauf, ähm, du kannst dir das einfach so drauf machen. Oder du nimmst dann noch irgendwas zur Aromatherapie mit dazu. Zum Beispiel haben wir hier von Baldini den Duft Kakao. Und hier sind enthalten, keine Ahnung, 10ml oder so. 5ml haben wir von Kakao. Das finde ich ja auch cool, ne? Ich esse, ich rieche ja nicht gerne nach Essen, aber wenn es dann so um Massage geht, warum eigentlich nicht? Als nächstes habe ich hier drin Kuscheltraum. Ach, das passt jetzt auch, ne? Auch wieder 5ml. Und das kommt von Tauasis selber. Und die haben halt auch diese einzelnen Produkte im Onlineshop verfügbar. Und deswegen finde ich diese Box immer ganz klasse, weil du einfach mal reinschnuppern kannst. Wortwitz, ne? Dann haben wir hier ein Antistress-Raumspray. Das ist wohltuend und entspannt. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das ist jetzt hier irgendwie mit Lavendel und mit Mandarine, glaube ich. Jedenfalls sieht das so aus. 50ml sind hier enthalten. Und das kannst du dir entweder als Kissenspray irgendwie machen, weil es sind halt diese klassischen, ne? Lavendel-Geschichten. Oder du machst dir das in den Raum einfach so rein. Das ist auch ganz nice. Achtung aber übrigens, das ist sehr, sehr intensiv. Also bei uns reicht das. Also wenn ich jetzt diesen Raum hier sehe, ein Duftsprüher reicht echt locker aus, dann ist der ganze Raum beduftet. Mehr braucht man hier nicht. Und da ich jetzt ja schon den Tannebaum hier anhabe, an, offen, werde ich das nicht auch noch zusätzlich machen, weil es ist sehr, sehr intensiv. Und aber, und aber, mhm. Aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Duft. Mir gefällt das. So, last but not least. Also ich glaube, das ist jetzt das letzte Produkt hier in der Box. Ich gucke mal kurz das übermäßig viele Krüppelpapier durch. Ja, haben wir hier ein Handdesinfektionsspray von Tauzan. Das scheint neu zu sein. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. 10ml sind hier enthalten. Und das ist halt ein schönes To-Go-Produkt, ne? Das können wir gerade aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Deswegen finde ich es ganz nice, dass es drin ist. Gegen Grippeviren, behüllte Viren. Da habe ich gelernt, dass da tatsächlich auch Corinna-Viren dazu gehören. Bakterien, Pilze und Noroviren. Übrigens, Entschuldigung an alle, die Corinna heißen. Ich sage immer zu Corona-Corinna. Das ist für mich dann irgendwie, irgendwie ist das dann nicht so böse. Ich weiß nicht warum. Aber es fühlt sich für mich dann einfach nicht so böse an. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, doch. Ein Nature-Care-Produkt ist das. Und ja, das wird auf jeden Fall bei uns dann in die Handtasche beziehungsweise ins Auto oder sonst irgendwo hinkommen, weil ich das sehr, sehr praktisch finde. Ich war heute auch noch einkaufen. Und da habe ich auch mein Handspray verwendet. Man kann es immer gut gebrauchen. Natürlich stehen immer vor den Einkaufsläden auch diese Pullen rum, dass man irgendwas desinfizieren kann. Aber ich muss gestehen, da haben ja auch vorher Leute dran gepackt. Das ist so ein kleiner Spleen. Ich habe lieber mein eigenes Produkt. So, ihr Lieben. Das war jetzt die Box. Ich finde 29 Euro. Ist für die Box vollkommen legitim. Das ist gerechtfertigt. Wir haben jetzt als Lifestyle-Produkt nicht so ein ultimativ cool krasses Produkt, wie wir das manchmal sonst so drin haben. Es ist ein recht kleines Produkt, aber es ist passend zu der Boxenzeit. So November, Dezember finde ich. Genau. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten, zu der Box an sich unten in die Kommentare rein. Habt ihr schon mal was von Tau Asis ausprobiert? Hattet ihr auch schon mal eine Tau Box? Hat sie euch gefallen? Und so weiter und so fort. Schreibt mir einfach eure Meinung. Würde mich echt interessieren. Ich mag die Produkte richtig gerne. Deswegen freue ich mich mega, dass ich hier eine Kooperation habe und euch halt die Box so vorstellen kann und halt auch die Produkte verwenden kann. Es ist schon ein schönes Privileg, was ich dadurch bekomme. Also vielen, vielen Dank, liebes Tau Asis Team. Tau Box und Tau Asis ist immer so schwierig für mich ein kleiner Zungenbrecher. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.